Hey, ich bin Beni und bald seht ihr mich in meiner neuen Disney-Channel-Show, die Beni-Challenge. Aber vorher muss ich erstmal ein bisschen trainieren. Kommt mit! Okay, ich hab mir ein paar außergewöhnliche Übungen ausgesucht. Aber wo soll ich starten? Wie wär's mit surfen? Was denkt ihr, wie lang werd ich es schaffen, mich auf diesem Surfener zu halten? Keine Ahnung. Gar nicht so einfach, aber jetzt klappt's. Hey, das war ganz mal so schlecht. Ich bin bereit für meine nächste Übung. Ich werde jetzt fliegen lernen. Und zwar hier. Würdet ihr gerne fliegen können? Ich probier's für euch aus. Wahnsinn! Aber ziemlich anstrengend. Machen die Superhelden sowas noch? Eine Übung schaff' ich noch. So, als nächstes geh' ich tauchen. An sich keine große Sache, aber ich nehm' natürlich ein Trim-Leg-Fahrrad mit unter Wasser. Und guck' mal, ob ich unter Wasser ein bisschen was für meine Kondition tun kann. Oh! Üuh! Trim-Leg-Fahrrad fahren unter Wasser. Ziemlich anstrengend, aber dafür bin ich jetzt fit. Also schickt mir eure Challenges an beni-at-disney-channel.de. Ich bin gespannt. Was soll ich für euch tun? Im Sommer ein Iglu bauen oder mit Piranhas um die Wette schwimmen? Ich schaffe alles. Hoffentlich. Die Beni-Challenge. Ab Samstag, 9.50 Uhr im Disney Channel.